Mein Name ist MC René und ihr guckt, was hörst du gerade? Was höre ich gerade, ja. Einmal Joey Badass, Christ Conscious, The Underchievers, The Golden Theory und von Retro-Gott und Cutmaster Kurt, Expertise. Ja, ich finde die Lieder gut, da gibt es keine Geschichte dazu. Ich höre sie einfach und kriege einfach einen Ständer und freue mich, dass es so schöne Musik gibt. Es gibt keine Story, es ist einfach das, was es ist, die Musik und nichts anderes. Mein Name ist MC René und ihr habt gerade geguckt, was ich gerade gehört habe. Hier ist Contra K mit Vis-a-Vis bei 16 Bars im Interview.